Willkommen zurück in 7 days to die bei den Höhlenarbeiten zusammen mit dem Taz Devil. Der Taz steht da draußen irgendwo rum. Wir versuchen hier unseren Graben, unsere Höhle an unser Haus anzubinden. Bin gespannt ob uns das hier gelingt. Genau an das noch nicht vorhandene Haus. Da bin ich schon mal gespannt ob wir uns gleich treffen werden. Die Steine sind ganz schön hart. Wollte ich mal anmerken. Mein lieber Scholli. Du bist irgendwie, also das hört sich noch ziemlich entfernt an was du rumklopft. Ich fürchte habe ich noch einiges vor mir. Ja jetzt weiß ich nicht genau bist du denn jetzt über mir? Du bist genau über mir ne? Normalerweise ja. Also wenn du jetzt reingeklopft hast quasi und wir ziemlich deckungsgleich sind, dann kannst du quasi erstmal aufhören und irgendwann müsste ich dann da drauf treffen. Ja ich habe jetzt gerade nach oben an der Stelle wobei ich noch dran komme. Dann müsstest ja im Endeffekt ich wirklich oder mein Ding genau treffen. Ob das was wird weiß ich jetzt auch nicht. Ja das weiß ich auch nicht so genau. Wie sind das hier eigentlich mit Treppen? Können ja mal hier. Äh wie sind die Steps? Ne Stairs. Und Stairs. Kann ich ja mal gerade herstellen spaßeshalber. Oder passt doch. Könnte ich ja die hier so. Oh nein. Ja im Endeffekt kann eigentlich überhaupt nichts passieren. Mein Fleisch habe ich in ein Vogelnest draußen gelegt. Also das klingt zwar relativ weit weg. Aber? Aber ich stehe ja auch relativ weit unten jetzt ne? Im Moment. Ja aber wo du geklopft hast, habe ich jetzt sicher genauso weit weg gehört. Wie viele haben wir denn jetzt da? Acht von diesen Treppen? Ich meine das ging ja schon. Trotzdem relativ steil runter die Höhle. Ich guck mal dass wir hier richtige Treppen rein kriegen. Nach unten oder nach oben? Nach oben. In der Höhle kann man ein bisschen besser laufen. Ja macht man nach unten. Weil normalerweise gehen wir über den Schachtel dann rein. Ja ist eigentlich auch recht. Na ja gut das haben wir schon ein Stück Treppe nach oben. Na ja halb so wild. Ich kann ja noch 444 Treppen bauen. Sollte ja dann reichen für den Anfang. Wow! so ein bisschen potassium abkloppen hier braucht man eigentlich genau um das cobblestone herzustellen also man denke ich mal zement herstellen oder ich das wüsste ich weiß es gar nicht muss ich mal selber schauen was wir genau brauchen für cobblestones habe die so lange nicht mehr gebaut abgestoßen freines holz ist logisch abgestoßen rocks ist es zum füllen clay und small stone da muss man ja gar nichts brennen okay dass wir müssen dann noch clay abbauen sind das jetzt hier ist jetzt hier so ein protest nur dann müsste ich ja alles hier runter weg kloppen dann bauen wir da ein podest rein an der einen stelle die könnte auch mal reparieren ja das fliegt mir die gleich wieder um die ohren ich befürchte auch schon dass mir das material dafür ausgeht langsam aber ich habe noch reisen da ich weiß da muss ich aber außen rum dessen der nacht habe ich keinen bock drauf ach so verstehe irgendwie habe ich die befürchtung diese zwei folgen waren relativ langweilig für meinen zuschauer die sie mich immer nur hier in der höhle stehen und vor sich hinkloppen ja was ist das hier jetzt die höhle macht einen versatz oder was geht die tief runter die höhle das gibt es nicht kann gar nicht sein hätte der zufalls generator die höhle nicht einfach grad nach unten machen können aber so 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 Also eine Fackel wäre gut. Muss ich ja jetzt mal so anmerken. Ist nicht irgendwas um eine Fackel zu bauen? Torch. Wenn wir runtergehen, müssen wir halt mal ein paar bisschen Fett verkocheln. Und dann können wir ja Katzen bauen. Die sind ja angenehmer auch vom Licht her. Boah ey, wenn ihr hier das Licht ausmacht, ist es dunkel wie ein Bärenarsch. Unglaublich ey. Keine Ahnung wie dunkel ein Bärenarsch ist, aber... Ich bin doch in der Höhle ey. Hier muss es doch Kohle geben. Hallo Kohle. Könnte ich jetzt nicht mal beschreien, dass es da welche gegeben hat. Ja, hab welche. Glaub ich jedenfalls. Äh. Äh? Ach, das ist fantastisch. Es sieht genauso aus wie Kohle. Da. Lump of coal. Ja, aber Kohle ist ja eigentlich kein Thema. Ich meine, du musst zwar ein bisschen laufen, aber findest du überall immer oberirdisch was. Ja, hab doch jetzt was. Ach ja, gut. Machen wir mal Fackeln hier. Fackeln im Sturm. Zack. Was hat die denn jetzt hier hingepackt? Äh. Äh. Hallo, ich will gar nicht wieder hier raus. Oh, nee, nee, nee. Unglaublich. So, jetzt sieht man hier wenigstens schon mal ein bisschen was. Das ist der Hammer, wie groß das hier ist. Total krass. So, jetzt muss ich nur noch irgendwie einen Weg finden, wie ich mich hier drum herum gebaut kriege. Brauchen wir mal ein paar Wood Frames. Mensch, jetzt Kinder. Mach denn dein Graben, Schacht, Höhlen, Dingen. Äh, wer tiefer und tiefer, keine Ahnung. Wenn ich mal wüsste, wie weit ich noch brauche, weil mir geht das wirklich lang, sondern das Holz aus. Also ich hätte noch ein paar Bretter da, aber du willst ja nicht hier runterkommen. Ja, ist bald 4 Uhr, dann geht das. Ich trinke mal ein Bier. Ein Nachtbier. Okay, voll ist ausgegangen, sozusagen. So, oh man, Wood Frames, das müsst ihr auch mal weichen für den Anfang. Ich weiß noch nicht so genau, warte ich gut, finde rein. Warte ich jetzt hier vorhabe. Wie baue ich das denn jetzt hier hoch? Ich könnte doch jetzt hier so. Hm, ich würde jetzt nichts mehr schier. Den hier noch weg. Nehmen wir mal ungefähr so die Blöcke zählen. 1, 2, 3, 4, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 20, 21, 21, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 21, 23. 38 39 40 41 42 47 47 47 47 47 blöcke tief oder was ja nicht dass du schon vorbeigebuddelt bist das ist schon ich habe jetzt ich habe es gerade jetzt die hülle hier quasi die hülle habe ich quasi ausge ausgedingst also okay ausgemessen meinst du vermessungstechniker hier bauleide wir haben ein problem oder was was ja ich sage das ist hier irgendwie keine ahnung ich weiß es nicht das kommt so komisch verwinkelt gebaut mein plan war jetzt eigentlich hier so hoch zu bauen und erhoffen dass ich das da dann treffe weiß zwar nicht was du jetzt meinst aber gut na ich will da auf die treppe kommen irgendwie weiß ja aber da brauchst du ja noch 123 gehöre quasi ja ich weiß wo sollen die drei blöcke hernehmen ich sag ja das ist so komisch verwinkelt gebaut hier wie kann man sowas machen müsste es im endeffekt eigentlich fast hier nochmal dann übergehen und hier nochmal ausholen dass der höher auf kommst tja gute frage wie wir das hier auf die reihe kriegen treppenbau extrem ja von unten geht es ja auch nicht weiter ich meine du hast ja eigentlich überall immer eine steigung na ja klar genau das ist das problem an der ganzen sache das heißt du kannst nirgendwo ausgleichen dass du sagst ja okay hier oben theoretisch ein block aber du müsst mir die ganze strecke hier runter graben richtig das wollte ich mir ja sparen deswegen habe ich das ja so gemacht da oben ja und erholte auch nur ein block raus wie gesagt weil ich hier das wie gesagt kann im endeffekt eigentlich nur funktionieren wenn sie quasi da ein block hinsetzt ab hier wieder runter ein block hinsetzt da ein block hinsetzt da ein dann müsstest du hier quasi hier rüber gehen hier wenn hier ein protest ist dann ist es quasi tiefer eins tiefer ok hier dann die stufe hin dann gehst du hier hin dann müsstest du hier quasi wieder ein protest machen hier quasi drüben auch noch ein protest und dann kannst du hier die stufe hochgehen ich habe jetzt so viel knurrten im gehirn dass ich nicht genau weiß was du davor hast aber ich gebe dir gern die die stufen ich weiß es gerade nicht mehr wir müssen ja hier hierhin hier muss ja eigentlich ein protest hin wir können eigentlich jetzt nur noch hier auf dem ding was rausholen also sprich wir müssen eigentlich hier wo die stufe ist für das protest hin knallen dann haben wir hier so ein absatz ja das müssen wir noch mal höher machen dann quasi okay also das heißt die letzte treppe hier kommt nochmal weg dann kommt da das protest hin dann willst du hier die stufe ansetzen außen dann kommt da quasi die erste stufe hin dann mach die doch hin ja ok hab ich keine mehr Stairs Stairs dann komm wir da hin dann komm wir da hin Im Endeffekt muss man noch mal eins raushauen. Ich sag ja, Treppenbau extrem. Don't try that at home. Genau. So, hier das Ding muss im Endeffekt eigentlich auch raushauen. Hier die Treppe, die letzte, meinst du? Jo. Doppelgemaubel hält besser. Genau. So, dann können wir... Dadurch setzt mir lieber ein Ding, können wir hier quasi die erste Treppe setzen. So, da Treppe, da sind wir auf dem Niveau. Na theoretisch, wir haben mal so und so, oder nicht? Und dann können wir... Das ist ja Quatsch. Das ist ja Quatsch. Das Ding muss ja noch weg. Das kannst du euch lassen. Zurechtig. Na gut. So. Da kommt quasi auch ein Stiefchen jetzt drauf. In die andere Richtung quasi. Äh... Moment. Die muss da hin. So wär doch richtig, oder? Ja. So geht das auch, genau. Jetzt noch da einmal hin. Und jetzt noch. Und da geht das nicht. Eieieieiei. Die Spoiler. Gott sei Dank. So. So. Schönen Treppenturm hingezimmert. So. 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 So, jetzt können wir da noch zur Verschönerung die zwei... ein bisschen holz für mich ein bisschen eisen ja bleiben so mal gerade in der leitung so dann haben wir doch so wunderbar dann zack zack zur sicherheit müssen wir noch ein gelände hin machen oder sowas aber das geht dann auch noch können das kann man doch eigentlich hier drauf stellen oder nicht ja ist das real und gut das kann ich ja eigentlich ich setze es bestimmt wieder falsch was ist drin ja ich meine linke oder rechte maustaste linke okay so genau so dahin und da könnte man die paar stufen da noch quasi darunter machen sieht zwar dann blöd aus weil es ja immer die lücke drin ist aber jeder deswegen hätte ich gesagt man macht halt hier ein ding sind noch können hier so ein kasten hin bauen was gut frames geht ja relativ fix aber da also hier habe ich halt gedacht das sieht ja irgendwie doof aus jetzt hier quasi so den kasten dahin baust das geht ja hier auch gar nicht klar geht das warte mal na da wusst du bist so oder wie hast du es in einem moment ach du willst es total komplett zu machen okay ja an der stelle hier halt ne die stadt komplett macht so und dann könnte man sagen man macht geht hier einfach so rüber und ich würde sagen ich gehe wieder meine höhle rüber und klopfen bisschen ich meine 40 dinge darunter habe auch durch scheiße das wird noch dauern ja und ich würde auch sagen wir sind schon wieder am ende der folge oder ja würde ich auch sagen wir sind ja hier auch soweit durch jetzt mit der treppe und wir haben schon wieder überzogen wie immer klar da können das können wir am allerbesten wir kriegen wir kriegen zwar kein haus zustande aber im überziehen sie mir super das ist ja gut vielen dank fürs zuschauen macht's gut bis zum nächsten mal bis dann bei 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 Vielen Dank.